Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Yoga-Flow heute. Mein Name ist Jenny und Laura und ich haben uns zusammen einen schönen Show für euch ausgedacht. Diese Yoga-Sequenz ist anfängerfreundlich, jeder von euch kann mitmachen, ihr braucht einfach nur eine Matte oder eine weiche Unterlage und was Bequemes zum Anziehen. Und wir fangen heute direkt an im Vierfüßler. Dafür bringen wir die Hände einmal unter die Schultern und die Knie unter die Hüften. Wir wollen hier erstmal so einen kleinen Moment ankommen und den Körper schön vorbereiten und aufwärmen. Dafür schieben wir uns mal vom Boden weg, machen den Rücken ganz rund im Katzenbuckel, nehmen das Kinn zur Brust und mit der Einatmung lassen wir jetzt den Bauch sinken, schieben das Brustbein nach vorne, heben das Steißbein, ganz kleines geführtes Hohlkreis. Ausatmen nochmal, runder Rücken, richtig schön kräftig die Schulterblätter auseinander schieben, Kinn zur Brust und einatmen, wieder schön den Bauch sinken lassen, die Brust ganz weit werden. Wir machen es noch dreimal, ausatmen, rund werden, den Bauchnabel nach innen saugen und einatmen, schön tief einatmen, Brustwein. Noch zwei, ausatmen, runder Katzenbuckel und einatmen, Kuhrücken ganz sanftes Hohlkreis. Letztes Mal, ausatmen, hier ganz rund werden, kräftig vom Boden wegschieben und einatmen, Herz und Steißbein heben. Sehr. Wir kommen in den neutralen Rücken, mal schön den Bauch nach innen nehmen und dann heben wir mit der Einatmung den rechten Arm mal weit nach oben, raus. Mit der Ausatmung führen wir den rechten Arm unterm linken Arm hindurch, Drehung in der Brustwirbelsäule. Wir legen uns auf dem rechten Schulterblatt und der rechten Schläfe ab. Die Hüfte bleibt hier über den Knien, also Oberschenkel senkrecht und wir kommen mal auf die Fingerspitzen links und wandern die Hände ganz weit nach vorne. Richtig schön Platz schaffen hier in der linken Flanke, ganz aktiv, Gesäß schiebt eher nach hinten, Finger nach vorne, wir nehmen hier noch einen tiefen Atemzug. Sehr gut. Und dann wandern wir langsam die Hand wieder zurück unter die linke Schulter, schieben fest in den Boden, ziehen den rechten Arm nochmal raus, so wie wir reingekommen sind, schön die Brust öffnen und dann stellen wir die rechte Hand wieder zur Matte. Wir wechseln die Seite, einatmen, den linken Arm mal weit nach oben rausheben und ausatmen, fädeln wir wieder unterm rechten Arm hindurch, legen uns sanft ab, der Nacken sollte sich gut anfühlen, gerne rechts auf die Fingerspitzen und die Hand ganz weit nach vorne laufen. So, dass wir hier ein bisschen Platz schaffen können in der rechten Flanke und dann einmal ganz bewusst hineinatmen. Sehr gut. Letzter Atemzug hier. Und dann wandern wir langsam wieder die rechte Hand zurück, gut fest aufstellen, schiebt in die Hand, zieht den linken Arm nochmal nach oben raus, öffnet die Brust schön weit und stellt die Hand zum Boden. Kleiner Moment, schiebt das Gesäß mal nach hinten für die Kindhaltung, Stirn zur Matte oder auch unterstützen mit den Händen, wenn die Stirn nicht ankommt, Arme vielleicht nach vorne laufen, nochmal bewusst das Gesäß zurückschieben, vielleicht nochmal auf die Fingerspitzen kommen, auch hier ganz aktiv bleiben und ruhig mal bewusst hier den Brustkorb in die Weite atmen. Sehr gut. Wir nehmen hier drei klärende Atemzüge durch die Nase ein und durch den Mund aus, ruhig mal ganz tief einatmen. Dann gehen lassen. Sehr gut. Noch zwei, tief einatmen und loslassen. Letzter Einatmen hier und jegliche Anspannung ausatmen. Sehr gut. Dann stellen wir hier die Hände fest auf, die Finger schön aufspreizen, kommen zurück auf alle Viere und die Hände sind jetzt etwa eine Handlenke vor den Schultern. Wir drehen mal die Ellenbogeninnenseiten sanft nach vorne, nach vorne drehen, sodass die Oberarme nach außen rotieren. Wir stellen die Zehen auf, schieben das Gesäß zurück und dann heben wir die Knie vom Boden für den herabschauenden Hund. Und lass uns erst mal locker angehen, vielleicht hier mal ein bisschen auf der Stelle treten. Ein Bein nach dem anderen beugen, die Fersen Richtung Boden schieben. Ruhig ganz großzügig die Knie beugen. Sehr gut. Dann stellt die Füße noch mal so hüftweit auf. Wir beugen die Beine mal ganz großzügig und schieben den Bauch Richtung Oberschenkel. Wir gucken zu den Knien, dass der Nacken hier ganz lang wird. Schieben noch mal kräftig aus den Armen nach oben raus. Genau. Unteren Bauch schön nach innen saugen, so hinterm Bauchnabel vorbei, hoch zum Herz. Das lenkt noch mal von innen so ein bisschen die Wirbelsäule, stabilisiert die Körpermitte. Und mit diesem langen Rücken können wir jetzt mal versuchen, die Beine etwas mehr zu strecken. Fersen Richtung Boden, die müssen nicht ankommen. Schaut mal, wie weit das heute klappt, sodass wir eine angenehme Dehnung in der Beinrückseite haben. Sehr gut. Nehmen noch einen tiefen Atemzug hier. Dann kommen wir mit unserer Einatmung mal auf die Zehenspitzen. Rollen langsam nach vorne in die schiefe Ebene, wie so ein hoher Liegestütz. Schaut noch mal Schultern über Handgelenken, Fersen über Zehen. Wir atmen hier aus. Nochmal tief einatmen. Und dann mit der Ausatmung senken wir die Knie zum Boden, beugen die Ellenbogen nahe am Körper, lassen uns ohne Hohlkreuz in einem Stück langsam zur Matte sinken. Dann legen wir die Zehen ab, rollen die Schultern zurück. Kleine Cobra. Wir bleiben einen Moment. Löst mal die Hände vom Boden. Presst die Fußrücken gut in die Matte. Presst das Schambein nach unten. Spürt, wie der Rücken aktiviert. Jetzt zieht die Schulterblätter nach hinten und unten. Sehr gut. Einatmen, Zug hier. Und dann stellen wir die Hände ab, die Stirn ab, stellen die Zehen auf und schieben uns über die Knie. Wieder zurück, Gesäß nach hinten und oben herabschauen. Sehr gut. Einmal tief einatmen. Und lang ausatmen. Sehr gut. Einatmen, hebt mal das rechte Bein ganz weit nach oben raus. Und ausatmen, ziehen wir das Knie zur Brust, nehmen die Schultern wieder nach vorne und stellen den Fuß zwischen die Hände. Wenn er nicht ankommt, kommt auf die Fingerspitzen, wandert den Fuß nach vorne und dann Gewicht nach vorne, linker Fuß dazu. Wir beugen hier die Beine weit, ziehen den Rücken mal schön lang. Die Hände an die Schienbeine nehmen, halbe Vorbeugen. Ausatmen, nochmal tief jetzt den Kopf hängen lassen, die Arme hängen lassen. Noch einmal halbe Rücken schön lang ziehen. Und ausatmen, tief, sehr gut. Und dann kommen wir zum Stehen, Beine beugen, langer Rücken, wir nehmen die Arme über die Seite. Große Bewegung, schaut mal hoch zu den Händen. Und dann nehmen wir die Hände vor, das Herz und neben den Katern. Wir gehen nochmal von hier, einatmen, Arme über die Seite, große Bewegung. Und ausatmen, über die Mitte, tiefe Vorbeuge, die Knie gerne weich, den Kopf hängen lassen. Ausatmen, einatmen, halbe den Rücken schön lang ziehen. Und ausatmen, treten wir wieder in unsere schiefe Ebene. Einatmen hier. Und ausatmen, wie eben mit den Knien oder vielleicht mal ohne, in einem Stück mit viel Kontrolle zur Matte. Einatmen, Cobra, wir rollen die Schultern weit zurück. Und diesmal direkt über die Knie herabschauend. Sehr gut. Tief einatmen. Ruhig mal aushauchen. Sehr gut. Zweite Seite, linkes Bein weit nach oben raus. Und viel Kontrolle, Gewicht nach vorne, Schultern über Handgelenke, Knie zur Brust durchsteigen. Einatmen rechts dazu, wir ziehen den Rücken wieder schön lang. Und ausatmen, tiefe Vorbeuge, sehr gut. Zum Stehen, Arme über die Seite, zieht euch richtig schön lang, tankt Energie auf. Und dann die Hände vor das Herz und neben den Körper. Sehr gut. Ein tiefer Atemzug. Sog hier mal die Schultern nach oben und hinten und unten. Sehr gut. Sehr gut. Einatmen, Hände vor das Herz. Ausatmen, setzen wir uns mal ganz tief, bringen alle Zehnfinger zum Boden. Saug den unteren Bauch nach innen, schieb die Füße in den Boden. Wir kommen in den Stuhl, Arme lang. So hier in Verlängerung des Oberkörpers, ohne Kohlkreuz. Schaut nochmal, ob ihr die Zehen sehen könnt. Kräftige Haltung. Wir bleiben einen Atemzug. Tief einatmen hier. Und dann ausatmen, löst in die tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe den Rücken nochmal ganz lang ziehen. Und ausatmen, treten wir wieder in unsere schiefe Ebene. Körpermitte stabil, einatmen hier. Und ausatmen mit oder ohne Knie langsam zur Matte, so wie es sich gut anfühlt. Einatmen, kleine Kobra, schön die Brust weit. Und ausatmen, über die Knie zurück in den herabschauenden Hutsch. Sehr gut. Ein tiefer Atemzug hier. Gerne die Beine mal vertreten. Sehr gut. Und dann heben wir mit der Einatmung das rechte Bein weit nach oben. Ausatmen, noch einmal großer Schritt nach vorne. Gerne auf die Fingerspitzen kommen. Wir senken das linke Knie zur Matte. Und jetzt zieht mal den Fuß und das Knie zueinander, sodass ihr euch langsam aufrichten könnt. Arme lang der Ohren Richtung Himmel. Schultern sinken lassen. Aber die Fingerspitzen ziehen aktiv nach oben, sodass ihr ein bisschen Länge hier in die linke Leiste bekommt. Und dann nehmen wir die Finger noch etwas weiter hoch. Und dann lösen wir die Arme über die Seite, verschrecken alle zehn Finger hinter dem Körper. Zieh die Schulterblätter zusammen. Öffne den Brustkorb noch etwas weiter. Wenn es im unteren Rücken ein bisschen eng ist, nehmt die Hüfte wieder etwas zurück. Konzentriert euch hier auf die Öffnung im Brustkorb. Nehmt noch einen Atemzug. Und dann mit der nächsten Einatmung, Arme nochmal locker nach oben schwingen. Achtung, wir drehen den Oberkörper auf nach rechts. Rechter Arm geht hinter den Körper, linker Arm nach vorne. Sehr gut. Arme ruhig parallel zum Körper. Sehr gut. Mal hier so ein bisschen aufrichten mit der Einatmung. Mit der Ausatmung nochmal ein sanftes kleines Stückchen weiter drehen. Sehr gut. Von hier nehmen wir die linke Hand zum Boden unter die linke Schulter. Ziehen den rechten Arm gerade nach oben. Linke Zehen stellen auf. Wir lösen das linke Knie vom Boden. Sehr gut. Rechte Schulter noch ein Stück zurück. Einatmen hier. Und dann mit der Ausatmung die Hand zum Boden zurück. Und wir treten zurück in unseren herabschauenden Hund. Sehr gut. Gerne nochmal tief durchatmen. Die Beine locker vertreten. Und dann wechseln wir die Seite. Linkes Bein weit nach oben. Großer Schritt nach vorne zwischen die Hände. Rechtes Knie absinken. Schaut nochmal. Knöchel unter Knie. Aktive Beine langsam aufrichten. Arme nach oben. Und dann nochmal die Schultern entspannen. Gesicht entspannen. Nacken ist lang. Sehr gut. Ziehen uns nochmal ein Stück weit in die Länge. Und dann nehmen wir die Arme wieder über die Seite. Verschränken einen Finger weiter, als wir es eben getan haben. Hinter dem Körper ziehen die Schulterblätter zusammen. Achtet auf den unteren Rücken. Gerne Becken etwas zurückziehen. Ist immer möglich. Lasst euch nicht zu tief rein sinken, sondern bleibt ganz aktiv in eurer Haltung. Ausatmung. Und dann nehmen wir von hier die rechte Hand zum Boden, unter die rechte Schulter. Der linke Arm zieht gerade nach oben. Rechtes Knie hebt von der Matte. Und vielleicht habt ihr noch etwas Platz gewonnen, hier aufzudrehen. Blick so, dass es für den Nacken angenehm ist. Letztes Mal einatmen, hier. Und ausatmen, bringen wir die Hand zurück zum Boden und treten in unseren herabschauenden Hund. Gut gemacht. Beine locker vertreten. Und dann wandern wir die Füße nach vorne, etwa zur matten Mitte und beugen die Beine sanft an. Wandern die Hände zu uns heran. Bleiben hier mal für einen kleinen Moment in so einer tiefen Vorbeuge. Vielleicht mal die gegenüberliegenden Ellenbogen greifen. Sanft den Oberkörper von Seite zu Seite schwingen. Den Nacken auslockern. Tief und lang ausatmen. Und dann kommen wir auf die Fingerspitzen, wandern die Füße auseinander bis zum matten Rand, fächern die Zehen nach außen, senken das Gesäß tief für unsere Yogi Hocke Malasana. Schaut mal, vielleicht müsst ihr die Fersen dazu heben, das ist okay. Vielleicht müsst ihr euch auch absetzen oder wollt ihr euch absetzen, das ist auch in Ordnung. Schaut mal, was heute klappt. Wir wollen die Hände vor dem Herzen zusammennehmen und die Brust ein kleines Stück weit aufmachen. und die Schultern zurückziehen. Sehr gut. Den Blick ganz sanft ablegen auf einem Fokuspunkt. Ich brauche euch auch hier wieder die Ausatmung so etwas verlängern, wenn so ein bisschen Ruhe einkehrt. Schiebt aktiv die Knie Richtung Ellenbogen. Wir atmen hier nochmal tief ein. Und lösen locker auf. Dann lösen wir die Hände, nehmen die Fingerspitzen hinter uns, lassen sie langsam zur Matte sinken, nehmen die Fußsohlen aneinander und schieben die Füße ein ganzes Stück weit nach vorne weg. Sehr gut. Noch mal so ein bisschen Gesäßmuskulatur nach hinten rausziehen, dass ihr schön die Sitzknochen auf dem Boden spürt. Die Füße dürfen sich etwas öffnen und wir legen uns locker nach vorne ab. Die Hände ruhig so aufgeöffnet, also geöffnet nach oben, dass wir nicht das Bedürfnis haben, irgendwo zu ziehen, sondern einfach mal für so einen Moment hängen lassen. Wenn das in Ordnung ist, auch den Kopf gerne hängen lassen. Wenn sich das nicht gut anfühlt, dann stützt den Kopf gerne ab. Bekommen wir mal die Gelegenheit, hier schön die Wirbelsäule etwas aufzudehnen, ohne dass die Beinrückseite in die Quere kommt und können die Hüften etwas öffnen. Ihr dürft die Augen hier gerne schließen oder sanft auf einen Punkt ablegen. Die Ausatmung wieder etwas länger werden lassen. Und gerne mal so mit der Aufmerksamkeit durch den Körper wandern, einfach mal spüren, ob noch irgendwo Spannung hält. In den Leisten, im Nacken. Sehr gut. Letztes Mal tief einatmen, hier. Und gerne mal über den Mund wieder aushauchen, ganz entspannt. Und dann stellen wir die Fingerspitzen auf. Wandern Sie zum Körper heran, richten uns langsam auf. Gerne mal unter die Knie greifen, Füße aufstellen. Und dann lehnen wir uns mal auf die Hände, die Fingerspitzen zeigen zum Gesäß und wir lassen mal locker die Knie von Seite zu Seite fallen. So ein bisschen die Leisten entspannen. Sehr gut. Und dann kommen wir zur Mitte zurück. Die Füße sind hüftweit. Wir schieben die Knie über die Fußgelenke, heben das Becken mal so hoch, wie wir können. Wir wollen nur noch mal die Leisten hier schön aufmachen, den Bauch. Und ihr könnt entweder nach vorne zu den Knien gucken oder wie Laura den Kopf hängen lassen, wenn das denn angenehm ist für den Nacken. Erhebt das Becken noch mal weit an. Atmet noch mal ein bisschen die Leisten hinunter. Sehr. Letzter, tiefer Atemzug. Und wer den Kopf hat hängen lassen, schaut erst nach vorne und dann senken wir langsam das Gesäß zur Matte. Sehr gut. Kommt hier mal in einen aufrechten Sitz, gern die Unterschenkel kreuzen, die Hände auf die Knie. Wir wollen für einen kleinen Moment die Augen schließen. Einfach mal kurz wahrnehmen, was jetzt so im Körper passiert, nach dieser kleinen, fließenden Sequenz. So ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Euch auch so ein bisschen so ein Gefühl von Dankbarkeit sich ausbreiten lassen, dass ihr euch diesen Moment heute für euch genommen habt. Wenn ihr noch etwas mehr Zeit nehmen wollt, dann legt euch gerne auf den Rücken oder bleibt noch etwas sitzen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Schön, dass ihr heute mitgemacht habt. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag. Wir hoffen, ihr fühlt euch wohl. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.